Domi, wie war heute Morgen? Socken anziehen? Halt der Päne. Nicht möglich. Hilfe. Dieses Beide anwickeln ihn gar nicht, ne? Die Folge ist schlumm, schlumm, schlumm. Hör mal gucken. Jetzt geht's wieder. Gude. Also Tag 2. Genau, wir haben jetzt Samstag. Bauchmuskeln sind übelst durch. Bauchmuskeln und der Hüftbeuger, also die ganzen GHDs und die Pistols, die sind auf jeden Fall zu spüren heute. Zum Glück haben wir gestern gefronts-voltet. Ja, auf jeden Fall. Jetzt auf dem Programm machen wir. Wir machen erst das letzte Workout. Das sind 9, 6, 3 Snatches und Pörfee-Worstatt-Oma. Das Snatch-Gewicht, das ist für mich so schwer, das habe ich bis jetzt noch nie gesnatcht. Na, das brauchst du jetzt nicht fertig. Ich gehe selbst bewusst dran. 85 Kilo habe ich leider noch nicht gesnatcht. Mein heaviest Snatch ist 80 Kilo. Von daher wäre es schon krass, wenn ich das überhaupt hinkriegen würde. Domi, Taktik. James Simmons. Und dann schauen wir, wie es läuft. Genau, danach ein bisschen pausern, durchatmen. Und dann kommt der Kimmer. Dann kommen Warwolves und Rudern. Deswegen machen wir zuerst das Workout, was weniger Volumen hat und dann halt einfach dieses 120-Warwol-Ding mit den 120 Kalorien Rudern. Und ja, schauen wir mal, wie es läuft. Ihr seid wieder mit dabei. Wir wärmen uns jetzt auf. Also, allgemeine Uhr vorbei. Jetzt geht es an Snatch-Workout. Bist du ready, Nico? Ja, ich mache jetzt gleich meinen PR locker. Bist du mir leid an, Arne? Stellst du dir überhaupt eine Boxer? Ronny ist wieder am Filmen mit dabei. Philippe, der macht die wichtigen Dinge. Bankdrücken und Airbike. Domi gibt schon mal die Burpee-Boxer-Movers. Hier mit der Markierung ist auch wirklich Box-Facing. Hohe Boxer. Bisschen höher als sonst, ne? Jetzt weißt du, warum ich die Songbox habe. Ja, legen wir gleich los. Doms im Himmel. Doms im Himmel. Doms im Himmel. Musik Jawoll! Also es lief echt gut für meine Verhältnisse. Domi? Es lief auch echt gut für deine Verhältnisse. Tatsächlich habe ich Burpees gemacht. Ich habe Burpees gemacht. Aus deinem 1RM wurde ein 10-11RM. Domi, saustark, beendet. Einmal angefangen und ich habe mir aufgehört eigentlich. Ich habe echt gedacht, ich schaffe es nicht durch. Aber ich habe ganz ehrlich sein erstes direkt gefailt. Der Domi fängt gerne schwach an und dann wird er einfach immer besser währenddessen. Der wird von Wiederholungswidrung stärker. Muss jetzt richtig warm werden. Das ist ein Geheimnis, genau. Das ist ein Geheimnis, ja. Ja, wir machen jetzt eine halbe Stunde Pause oder sowas. Ja, halbe Stunde und dann gibt es Rollballs. Wie fühlt sich das Rudern an? Der Schiss. Ne, du gehst ja nach hinten und da bis dahin abbremsen. Das kommt immer aus der Bauchmuskulatur, die momentan nicht vorhanden ist. Also Domi, haben wir eine Taktik? Schweller als du. Ist eine gute Taktik, ist eine gute Taktik. Für mich heißt es auf jeden Fall bei den Rollballs nicht gleich ausbrennen. Ich versuche da nicht zu große Sätze zu machen. Dafür die Pause etwas kürzer zu halten. Domi, unbroken oder? Ne, ein großer Satz und danach bist du mal. So einmal 118 und dann nochmal so gucken. Und dann 2x1. Und dann 2x1, genau. Ja, eigentlich versuchen bei den Rollballs gut durchzukommen, um dann auf dem Rudergerät eine Pace von über 500 zu halten. Ja, über 400. Okay, dann hauen wir mal rein. Ja, wir haben es geschafft. Ja, so ein richtiges Augen zu und dran bleiben, ne? Du hast viel zu viel Gas gegeben. Was? Warum? 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 Die Rollballs lief mir erschreckend gut bei mir. Aber beim Rudern dann... Was bist du durchgerudert? 1.100. 1.100. Ja, ich bin eingeschlafen. Also meine Oberschenkel und meine Unterarme, die waren einfach so zu. So gerade meine Oberschenkel. Alter Schwede. Das war es erstmal von Workouts. Ja. Ich fahre von Workouts bis Beckett. Schön war es. Also 5 Workouts in 2 Tagen im Kasten. Von der Erfahrung her war cool mal so ein bisschen Competition, Wettkampf, Luft zu schnuppern. Ich persönlich war jetzt noch nie auf einem Wettkampf. Domi hat schon mal sowas gemacht auf jeden Fall. Aber war cool mal so gucken, wie sich das anfühlt. Mal ein paar harte Workouts am Tag zu machen. Wie sich das am Abend anfühlt. Wie sich das am nächsten Tag anfühlt. Coole Erfahrung auf jeden Fall. Insgesamt mit meiner Leistung bin ich komplett zufrieden. Wobei im Nachhinein sagt man eigentlich immer, man könnte was besser machen. Aber eigentlich insgesamt bin ich zufrieden. Domi? Ja, ich bin eigentlich mit allem zufrieden. Und bist auf meine Double-Anders-Skills. Ja. Scheiß Double-Anders. Es gibt immer solche Tage und solche. Also, uns hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat der Vlog hier gefallen. Wenn ihr den Channel noch nicht abonniert habt, tut es. Drückt auf, gefällt mir. Schickt es an all eure Freunde weiter. Zeigt es euren Eltern. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!